Dom und Flo, sie hassen sich so Du don't drag zwei! Euhh, Florian, wie heißt du? Ehm, Poopderp? Derp? Poop? Ähm, Poop? Wwwwwwwwp Gag, Gag Ja, ich bin und.. Ich glaub, wenn du auch lange gewollt warst, dann gibt der dir einen Namen Til! TitFace Glumander Warum Glumander Ja, volle Kanne, wie immer Also wie das letzte Mal Cool TitFace Du hast einfach nur Zwei Namen Das ist doch Ich hab mich nicht nur gegeben Sind sie Jude? Ich bin mir so aufgeregt Es ist übrigens wirklich You Don't Know Jack 2, es sieht nur so aus wie You Don't Know Jack 1 Ja, wir wissen, wie das das Spiel geht Ja, mach dir aber Start das Spiel jetzt Das sieht wirklich komplett aus wie Sicher, dass das jetzt die zweite ist Also, ja, weil ich bin als erstes diesmal dran Wildcatch Leider Notes Well young I've got a really big date Also, bitte, als erstes war das ja beides Beides für Penis Sachen Well young Es ist ein anderer Sprecher aber, glaub ich, oder? Ne, das ist der gleiche Du hattest Cookie nun vorgerufen Ich weiß jetzt nicht, aber ich hab Ich will schon im Moment Ja Psycho Manifest Vielleicht ein psychosomatisches Ähm 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 Ja Nix Oh Hö Overgrowth auf Facial Air Well, Sleeping Beauty war ja scheiße Sleeping Beauty war Don Rösschen Ich war eigentlich war bei Ah fuck Ich war bei Beauty and the Beast Ich hab halt keine Ahnung wer Snuffy Smith und Rip von Winckel sind dabei Die werden's wohl sein Sicher nicht Chewbacca? Chewbacca hat keine Frau Weißt du? Rip von Winckel Der Mann, der kleine Frau, der auf einen Bender mit Strangern war und hat seit 20 Jahren gelebt. Versehen, dass er einen Psychiatrist ist großartig und ich denke, dass es einen Zürcher dauert, um diesen Bedeutel vorzunehmen. Klar, komm, was machen wir? Okay, nächstes Mal. Wenn wir sehr jung waren, haben wir Gäste für eine richtige Antwort. Okay, schau meistens und sag mir, welche von den folgenden besten beschreibt diese Bildung? Ähm... Drag Queen Police, Boy George Scout, Stormtrooper Summer Camp... Player Two, it's your... It looks like 80s-Singer Boy George in a Boy Scout Outfit. What the fuck? Picture Grinch doesn't want you to see. Picture Grinch? Ach so, ich hab keine Ahnung, wer He Grinch ist. Doch, der Name sagt mir das. Kissing Cousins, twice the pleasure. Inzest, ein Spiel für die ganze Familie. This category is Kissing Cousins. Get it right, get 2000 bucks. Okay, peel your eyes, free your mind, cause here we go. Let's say the Statue of Liberty gets lonely, decides to have sex with another popular landmark. Because it's engineered by the same man, which means it should be a perfect guy. The same guy as Arch, the Serious Tower with the iPhone. You gotta answer it, Player Two. Both the Statue of Liberty and the Eiffel Tower were engineered by Gustav Eiffel. Pick dich. Das war jetzt einfach nur, weil ich dachte... Ja, das kommt aus Frankreich. Ja, genau. Und... Warum sollte ein Franzose sonst noch irgendwas für die Amis machen? Ich glaube, es gab auch in Frankreich keinen anderen, der es... Jetzt gab es der einzige Architekt in Frankreich. Und ich hab auch noch Geld deswegen verloren. Ja, weil du mich genagelt hast. Ja, ich hab mich genagelt. Ja, ich hab mich genagelt. Okay, wir brauchen eine Kategorie. Du wählst den Weg. Key? Oui. Ich glaube, das ist ein gibberisch. Potato Chips and the Origin of the Universe. Das klingt nach klar. Das macht sehr viel Spaß. Und diese Kategorie ist... Potato Chips and the Origin of the Universe. Die Herkunft des Universums ist... He-Man-Arch. Was? He-Man? He-Man and the Origin of the Universe? It's also a pretty good description of the Big Bang Theory and the Expansion of the Universe. To make the slogan, once you pop, you can't stop, more accurately reflect the Big Bang Theory, what phrase would scientists have to add? Until celestial motion freezes, unless gravity overcomes inertia, until everything breaks into tiny pieces or now with 28% less fat. No, the only thing, what's cold around here is you. Huh? Nee.. I thought so, then unless gravity... Das hätt ich auch sagen. Aber das hätt ich auch so gesagt, also... Ja, nee, wirklich, ich hätte doch... Ja, klar. Ich würd dich doch gar nicht! Nein, nein. Ich würd dich niemals anlügen. Das hast du ja nicht. Ich hab das auch so gesagt. Ich bin auch klug! Hey, du bist Clumanda. Clumanda? Das klingt alles total langweilig, ich lasse ihn entscheiden. Ne, da ist ja gar nix mit Sex oder Drogen. Das ist doch nicht klar. Ja doch, es ist der zweite. Gentle Ben ist zu Ursa Major, als Hunter ist zu... Nein, ich... Was hast du gesagt, Spieler 2? Gib mir deine Antwort. Ursa Minor? Wenn du über 21 bist, dann sollte ich nicht mehr zu dieser Antwort sein. Player 1, die Ball sind in deinem Kopf! Ich glaube, das ist einfach so eine Rat-Antwort, die er dann schon ausprobiert hat. Äh... Ja... Ich könnte jetzt Q drücken. Jetzt die richtige Antwort ist... Ursa Major ist in der Konstellation. Und auf einer klaren Nacht, neben dem Orion, kannst du nur eine brunette Konstellation machen. Das macht nicht wirklich viel, aber... Ja, das ist ziemlich süß. Und dann wieder das 3-Angle... Pick 1! Rapid-Fire-Transit. Let's go Monopoly! Wenn ich nicht wüsste... Äh... Im Deutschen war es damals so, wenn du Flüche eingegeben hast, sowas wie Arschloch als Name, dann hat er deinen Namen für dich geändert, weil er das scheiße fand. Die Kategorie ist... Rapid-Fire-Transit. Ah, Mist. Okay, die richtige Antwort betrifft dir 1.000 Dollar. Ja, mach das. Okay, Fingern sind limber, denn hier kommt die Frage. Sagst du, du stehst auf einen Kommuter-Train, das links San Francisco zu Oakland. Wenn du plötzlich ein Flades, was würdest du sagen, passiert? Du hast einen Volley auf den Trolley, du hast einen SBD auf den TGV, du hast einen Fart auf den Bart, oder du bleib einen auf den Blumen... Ich hab keine Ahnung, wie der Zug von San Francisco nach Oakland heißt. Okay, ich bin absolut ganz schlecht. Du bleib einen auf den Blumen. Wahrscheinlich ist es 3 oder 1. TGV geht nicht, weil es Frank-Recht ist. Ja? Der TGV ist ja... Ich würde sagen... Ja, ich mach das aber nicht. Hätte... 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 Fahrradkette. Genau. Das sag ich dir. Hat sich auch gereimt. Klutscheiße. Die alle, die im Zug sitzen, wahrscheinlich den gleichen Spruch bringen. Wouldn't it be nice? Musik only had off the earth. Inhaling can be fun. Was? Ja. Und diese Frage ist... Inhaling can be fun. 2.000$ auf der Ebene. Okay, häng tight, put your fingers on your buzzers, here's the question. Because it's the most common element by volume in the earth's atmosphere, what element does Bill Clinton inhale the most of, while he's jogging? Helium, Carbon dioxide, Oxygen, or Nitrogen? Jetzt will ich wieder anfühlen. Schade, ich fühle mich jetzt dumm. Dann... Das ist... Bei... Bei volume, ne? Ja. Oh mein Gott, sie... Oh mein Gott, wir müssen uns so dumms wie... das ist das. Nitrogen. Nitrogen. Der offizielle Pressesekretärer denient Clinton immer wunderschönlich inhalte alles. Ever. So, ihr ganzen Leute, die ihr jetzt... im Chemie-Elker seid, ihr könnt euch jetzt mal richtig klug fühlen. Let's twister again, like we did last summer. Oh, let's twister again. The birds and the beasts got's auch. Player one, you ready? It's time. What? It's twister again. Oh, 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 oh. Jetzt wird's ganz sicher. Das zweite Teil ist. Im ersten Teil gab's das alles noch nicht, dieses verrückte. Muss ich denn machen jetzt mal. Kategorie für diese Dissesekretärer-Question ist... Das wird jetzt erklärt. Auch für euch hier draußen. Okay. Ich will euch 7 Namen lesen und für jeden, ich will euch sagen, ob es eine Dancecraze oder ein Spiel. Jetzt, als jeder kommt, wenn es eine Dancecraze ist, press 1. Wenn es ein Spiel ist, hit 2. Dann schifft es, press 4. Okay. Okay. Kann er nur gut enden. Hahaha. Okay. Give me 30 seconds on the clock. Here we go. Okay. Hustle! Dancecrazer-Game! Nein, war richtig. Toss across! Alter. Local motion! Bus stop! Äh, Dance. Oh! Cootie! Game. Von der Krankheit. Äh, 2... Game. Game? Alter! Alter! Alter, was geht! Oh! Ja, ich hab letzten Sommer ganz viel getwissen. Wie du hast viel Twister und Twist gemacht. Alter! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Entschuldigung! Nicht schlecht! Äh... War nicht schlecht. Also, ich hätt das nicht so gut hinbekommen. Ne, das war auch... Die Kategorie ist yours, Player 2, big boy! How now, Ground Cow? Freud und Rocket Launches. Hahaha. Ich mag Raketen und ich mag Dieben und Freud. Die alte Koksnase. Freud und Rocket Launches. 2.000$ für eine richtige Antwort. Well, wir sehen, was in der Papier heute ist. Ja, ist doch immer noch geil. Raketen sind immer cool. Egal, ob sie in den Himmel oder auf Menschen geschossen werden. F*** dich! F*** dich! Keine dieser Person. Seined Crazy in Cocoa Beach. Ähm... 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 Äh, ich mag hier noch. F*** dich! Du dummes... Sack... Arsch... Spass... Arsch... Ich hab mein Bestes... Ich spür mein Bestes. Arsch... Sack... Arsch... Ich dachte mir nach der Heliumfrage reiße ich mich mal zusammen. Bist du jetzt mal klug? Ja. Schripper ist at the Philharmonic. Sex, Slice, and... Androgenie. Badass Nicknames of the Renaissance. Das klingt geil. Ich hab schon wieder auf den Bildschirm gespuckt. Weil ich so viel fluchen muss, weil du so scheiße bist. Zum Lass. Vermerkst du eigentlich wie ich die ganze Zeit diese ganzen Tittenfragen umgehe? Ne, ist mir gar nicht wirklich aufgefallen. Aber ich mein, wir haben ja genug Titten durch dich. Ich kenne ihn nur von, äh... Was ist das? Penny Arcade. Häh? 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 Sind wir wirklich dumm? Das wüsste ich auch nicht. Tiger Brahe sagt mir nichts. Außer von Penny Arcade. Häh? Häh? Rusty, boogert Kings-Pet. Brahe hat seine Nase in einer Duell und hat sie mit einem Metall verwendet. Was? Ich warte, er hat eine Metallnase. Was? WHAAAT? Wie der Typ aus One Piece? WHAAAT? Ich hab niemals One Piece wirklich bekommen. Ja, aber ich kenne Tycho Brahe nur von, ähm... Penny Arcade und The Rainstakes, äh... Prinz bis zu Kahn. Ja, stimmt, doch. Der Typ heißt ja auch Tycho Brahe. Du hast recht. Hat er eine Metallnase? Oh. Tidface! Jet Propulsion? Ist er live after Office? Mit Metabologist? So bad. Das ist eine Frage, die mich sehr interessiert. Du bist doch gar nicht in dem Büro. Du arbeitest doch in einem... HUF! Oh... Ja. Mit alten Flangen, was macht's so nett? Was? Sie gehen in Rente. Doch klar. Wer die verbrannt? Ne, ich würd sagen, das auf keinen Fall. Oder? Was? Wer die verbrannt? Na. Dr bacteriano食べpятиe? Danke. Ich hab gar nicht was das hier ist. trusting das molecule ist. Hast du nie zu flach oder zu flach oder zu flach, Herr Staatsfunkbetrotten. Sie hat keine Arme. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Ihr Bräste sind zu groß. Ich hätte jetzt genommen, wenn ihr Arme geschneidet und ihr Bräste waren zu klein. Das hätte ich geglaubt. TITFACE! Kommst du gar nicht mehr dran? Nee. Dots aren't just for ice. No nukes is good nukes. Centipedes and Spyhunter. Das war jetzt scheiße. Warum? Weil alle nukes good nukes sind. Oh, zu spät. Ja, die hätte ich eh genommen. Gut. Und wir nennen diesen einen Centipedes and Spyhunter. Und dieser ist für 4.000 Dollar. Hilf mir hier. Ich kann mich nicht mehr über das Spiel des Spiels. Wenn du die Antworten kennst, schreib in und schreib in deine Antwort. Es war ein Video-Games, das hatte diesen kleinen Orangen mit dem großen Nacken. Und er rief auf die Pyramide des Spiels. Spieler 2, es ist in deinem Kopf. Schreib in... Mit Q? Ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, schreib. Äh. Q-Bart! Boah! Danke! Huuu! 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 Alter! Da hast du mir aber den Arsch gerettet, du. Das bereust du jetzt bestimmt. Ja! Die Wahl ist dein, Spieler 2, geh auf! Oh, Spaß mit Onomatopoesie! Chuchu! Oh nein. Das ist die Thanks I Get. Achso, ich darf ja. Oh, ich dachte schon, du wärst wieder dran. Ich hab, ich bin schon komplett... Ich hätte, ich hätte 3 genommen. Das ist die Thanks I Get. Kass. Oh Gott, was war das nochmal? Laut Malerei! Chuchu! Also, okay. Wup, wup! Was ist das deutsche Wort für diesen Sound? Puff! Plush! Bung! Go for it, Player 2! Puff! Das deutsche Wort für Bang! Ja, ja, Peng, aber... Ja... Okay, ihr seid halt keine Deutschen, was willst du machen? Stopp! Platsch! Platsch! Das klingt voll wie... Platsch war, hat er dir erschossen! Die Musik klingt voll wie Monkey Island. Aber voll! A very special Thanksgiving. Where are the land speed records? Channel Surfing... Irgendwas... Was war das? Facebook F! Das ist es! 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 Oh! 6.000 Dollar could be yours! Hang on tight, cause here we go! Which one of the following Studs can maintain the sex act? The longest? Gorillas, Chimpanzees, Gibbons or humans? Puff! Go for it, Player 1! So... Player 2, you're getting screwed! Make the most of it! Human males maintain the sex act for the longest time! Äh... Ich wusste das, weil ich war... Ich war die äh... Warst du mal einer? Ich war mal einer! Nein, die haben mich gefragt, als die das Spiel gemacht haben. Ja, klar! Und dann hab ich ganz stolz gesagt, 6 Minuten! Und dann sagst du auch noch, du bist mir zuversichtlich! Was? Ja, ich bin zuversichtlich, dass wir besser sind als unsere Affenfreunde! Ah, Affenfreunde? Affenfreunde! Halt doch, du fresse! Satanic Activism and Winnie Pooh! Oh, ich bin zwischen eins und drei! Oh, ja komm! Oh-oh! Das hab ich nicht gelesen! Oh, was mit large jewels! What? Reimen? Ah! Ticklich! Test Gun! Ich fache die Augen, man! Woopi! Ähm... Ähm... missbraucht ihr? Yei trains undșàr!!! Ich kenn aber keine englischen Zungenbrecher! Hollittoy Hesiger mit caution Tambor mit S Suns in Hesiger Seas Dream! Okay, Warum kennst du das mit? Hm? Warum kennst du das mit? Als du gesagt hast, äh, sie sells Seashells. Ähm, da wusste ich, dass es Seashell ist, aber mehr hatte ich auch nicht. Actresses with big brown... Titties! Ed, keep beating and beating... Ah, okay, I guess I'll have to do it. Wir können doch nicht so schnell reden. Das hat doch nicht gehört. Ed ist aber auch englisch. Eng ist es auch. Oh, that's what she said. Actresses with big brown eyes. Two G's for a right answer. Wow, these adaptations and updates are really getting out of hand. Imagine this. There's a new version of Madame Bovary called Madame Bovine that's designed to appeal to today's cow. Based on her counterpart's behavior, what is Madame Bovine likely to do? Have affairs with other bulls? Kill her own calf? Disguise her utter so she can join the army or marry a sh... H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Oh, but she might join the Jersey Militia. I don't know how it's going. Madame Bovary is our figure from literature probably. One or two, I would say. Or four. That's the three possibilities, Florian, the three possibilities, thank you. Here's what you should have picked. She's gonna have affairs with other bulls. Say what you will, I think Demi Moore's gonna be all over this script. What? Tidways! No, I'm not happy to see you. Latin terms that aren't dirty. At the sign of the gunshot... Maybe... Maybe you'll notice it. Maybe... Maybe... I'm not happy to see you. Hey, remember that movie High Noon with all the guns and shooting and stuff? What would happen, if the climax of High Noon happened at the time? That is the literal translation of the Latin root Noon. Bruce Willis kick a guy's ass at one o'clock, Charlie... Player two, it's yours! In Latin, no noos means nine. So Gary Cooper would have a showdown at nine o'clock. Tja, hat sich das Latinum gelohnt für viele, die 4.000 fiktiven Dollar? Okay, now it's time for Pancakes. Pancakes! Give me a kissy, Lurlin. Japanese poetry and raw fish. Das nehmen wir doch. Hast du auch mal ne Chance? Was stand da? Japanese poetry and raw fish. Das passiert jetzt. Jetzt musst du aber rocken, ey. Please use the correct form to finish this Haiku. Oh, fuck. I can't eat raw fish. It always reminds me of... A cold and clammy side dish. A spicy tuna hand roll. Player two, grab... You're too slow! Hä? Du musst einfach nur die 7 zählen. Ja, gut. Heikos konnte ich nie. Das wäre natürlich einfacher wenn ich gewinnen. Aber ein Heiko hat doch 7, 5, 7, oder? 5, 7, 5. Krass. Something's fishy around here. No cost on the lead. No, 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 no... Superstar. No special. 20. 20. Was das Gunter? Uh, jetzt hab ich mit Tralala. Mein Ding Ding Dong. Die Finger sind bereit. Hier kommt einer an dich. Coke ist zu Pepsi, als Filet-O-Fisch ist zu... Fischer King, BK Big Fish, BK Broiler bei Quarter Flounder. Wie heißt denn der... Burger King? Der Fisch-Burger bei Burger King heißt. Ähm... Scheiße. Verdammt, du bist gut. Ja, gut gemacht. BK Big Fish. Der Fischer King! So wie der Sneak King? Ja, oh Gott. Burger King? So, es geht jetzt um, äh, Dings, ne? Finale. I can always carry on the Bible. Do you have ESP? You've got a thing in your drink. Werden wir jetzt ein bisschen religiös? Ja. Okay. Jack Attack, also ihr kennt die Regeln. Wir kennen die Regeln auch noch. Wenn ihr sie nicht kennt, guckt unser letztes Video über You Don't Know Jack. Weil sonst können wir das einfach mal im Arsch läcken, weißt du? Deswegen skippen wir das jetzt einfach, weil wir sooo klug sind! Oh, you already know the way this works. Ja. Make sure your match fits this clue. I can always count on the Bible. Okay. Well, if that's true, then say your prayers. Mhm. Tim. Ah, verdammt. Boah, Reflexen wie ein langsamer Mensch. Boah, Reflexen wie ein langsamer Mensch. Naaah. Boah, 19. Boah, 19. No. Crossputs. Hier. Ja, 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 ja. Evangelion. Seven... Snakes? Bradykits? Ach, YES! Karajya. MAAACK! Wiihihihihihihihihihi, wuhuhuhuhu. Schöne Babysen. 5... 2... Hä? Da war's... Hä? Hä? First base for Christmas. Das ist alles zu schnell. Wirklich? War das Christmas? Ich dachte jetzt die Jünger. Ich dachte auch. 40 rules on the road. 5... Wartest du gerade... Ah, da war's gerade. Das wurde nett. Ja! Einmal! Ich bin jetzt einfach nur rücksichtslos. Halt. Wunder was Christ, ich hätte jetzt die 5 Bücher mose gesagt. Wir kennen uns halt gut aus. Wir sind so gut, wir wissen sogar, was richtiger wäre als die richtigen Antworten. Hey! Sollten wir noch mal rückblickend aufs erste Video schauen und guck mal, ob mein Vorsprung noch größer ist als damals. Aber das ändert nicht das Fakt, oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Du hast nicht mehr... Du musst langsam mal aufholen. Ich muss gar nichts. Wow, du bist zweiter auf der Rangliste! Ich wundere, ob das etwas zu tun hat, dass es komplett leer war. Nein, daran mag es garantiert nicht. Viel Spaß beim nächsten Mal. Tschö.